Wie würdest du reagieren, wenn dein bester Freund vorhat, seine Frau zu betrügen? Nein, 900% der Leute haben zu mir gesagt, ja, ist normal. Ich hab das hinter mir, weißt du, wie ich mein so? Ich hab auch schon mal betrogen, einmal. Das kann deine Beziehung zerstören, fremdgehend zu beichten. Ja, Bruder, fremdgehen kann deine Beziehung zerstören, nicht das Beichten danach. Dann geh nicht fremd, Bruder. Einer deiner engsten Freunde und deine jüngere Schwester haben sich ineinander verguckt. Irgendwann fällt es dir auf oder einer beichtet es. Wie ist deine Reaktion? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Ist Ton da? Yes, Sir. Sorry für die Schwulitäten an der Stelle. Schwulitäten ist nicht schwulfeindlich, schwulenfeindlich. Das ist einfach nur, wenn man in Bedrängnis gerät, na, Mann. Wie geht's, Leute? Alles gut? Gut. Trainierst du noch Oberkörper, Unterkörper? Yes, Sir. Trainiere ich noch. Das ist mein Split, Diggi. Sheesh. Leon, Bro, alles gut. Danke dir. Habe dich vermisst. Ja, ne, ist jetzt so, wie lange ist es schon her? Ist schon eine Woche jetzt her wahrscheinlich, glaube ich, ne? Ja, ich habe ein bisschen Struggles gehabt. Mein Objektiv ist kaputt gegangen. So, ah, Lyric ist auch da. Was geht, Bro? Das ist gut. Mein Objektiv ist kaputt gegangen und dann konnte ich nicht mehr streamen. Ich konnte auch keine Videos drehen oder so. Zum Glück hatte ich jetzt das Comments Café noch im Petto, was rausgekommen ist. Das könnt ihr übrigens mal auschecken. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Folge, die leider nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt, weil man den Bruder auch noch nicht so krass kennt. Aber ich finde, eine der geilsten, eine der geilsten Folgen Comments Café, die an den Start gekommen sind in letzter Zeit. Deswegen würde ich das euch wärmstens ans Herz legen. Geht heute rein. nochmal in das Video. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Auf süß supportet das ein bisschen. Weil, ey, Nikolai ist echt mir jetzt nach dem einen Gespräch und dem einen Tag, wo wir da ein bisschen zusammen gechillt haben, schon krass ans Herz gewachsen. Wir haben uns echt auf einer Wellenlänge direkt so richtig geil verstanden. Wozu, wozu, D-E-M-W-A sagt, das Video ist mega Hammer geworden. Eben zwei Stunden einfach durchgezogen. Hammer. Ja, das ist auch, haben wir ja am Ende auch gesagt, das ist auch durchgeflattert wie ein geiler Schiss so. Ich bin da reingekommen, wir haben uns hingesetzt, wir haben Play gedrückt so. Und es hat einfach direkt gefunkt, sag ich mal so. Hat funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Ich hab nicht einmal überlegt, ich hab mich auch null vorbereitet. Das ist einfach so anderthalb Stunden, nee, eine Stunde 40, glaube ich, oder so. Einfach durchgeflossen. Richtig nice. Ja, was geht bei euch so? So, was für Themen beschäftigen euch gerade? Haut mal ein paar Sachen rein. Nicht immer nur dieselbe, nicht immer nur dieselben Sachen so. Einfach mal ein paar Themen rein, wo ihr sagt, so komm, sag mal deine Meinung. Vielleicht braucht auch einer Hilfe, bisschen Seelsorge oder so an der Stelle. EpicNinjaXX sagt, hi Leon, ich habe auf diesen Moment gewartet, bin das erste Mal im Stream dabei. Oh shit, man. Welcome to the Stream, motherfucker. Wie geht's? Alles gut? Und zwar hat der GoodfellaXN reingeschrieben, Wie würdest du reagieren, wenn dein bester Freund vorhat, seine Frau zu betrügen, akzeptieren oder seinem besten Freund eine Ansage machen und es ihm ausreden? Auf jeden Fall das Zweitere. Definitiv das Zweitere. Also wenn einer von meinen Freunden oder mein bester Freund zu mir kommen würde und mir das noch vorher sagen würde, so ey, ich habe vor, meine Frau zu betrügen, weil da ist so eine, die ist voll geil und die sagt immer, die will und so und ich weiß nicht, was ich machen soll, kannst du mir einen Rat geben? Bro, dann würde ich definitiv sagen, Digi, also ich sage dir ehrlich, für mich einer der schlimmsten, ich habe das hinter mir, weißt du, wie ich meine, so, ich habe auch schon mal betrogen, einmal, so, und das war mit, also einer der schlimmsten Sachen, die ich so für mich erlebt habe, so. Einfach, weil ich auch selber dann mich nicht mehr gefeiert habe, so, weißt du, wie ich meine, ich bin aufgestanden am nächsten Tag und habe mir gedacht, was bist du für ein, so, was bist du für ein ekelhafter. Und ich bin auch dann sofort zu meiner damaligen Freundin, ich habe sogar meinen Trip, ich war weg, ich war nicht zu Hause, weißt du, ich habe meinen Trip abgebrochen, nächsten Zug zurück nach Hause genommen, zu ihr nach Hause gegangen und ihr das sofort gesagt, weil ich selber da nicht mehr klargekommen bin mit diesem Gefühl, jemanden, den du wirklich liebst, der für dich alles tun würde, zu hintergehen, was das angeht, so, weißt du. Und da ist auch nichts eine Ausrede, ich habe auch da gesoffen und sonst was getan und gemacht und so, das ist keine Ausrede, weißt du, so, das ist keine Relativierung, so. Und ich muss da sagen, ich habe, zu dem Thema habe ich auch sehr viel Research gemacht, in Anführungszeichen. Ich war immer so einer, also ich habe mich da sehr krass für interessiert, wie das für Leute ist, gerade im Entertainment-Bereich, wenn du sehr viele Angebote bekommst auch, wenn du, ähm, ja, immer wieder herausgefordert wirst, was das angeht, mhm, herausgefordert wurde, was das angeht, so, und dann habe ich sehr viele Künstler gefragt, auch, Rapper, YouTuber, eigentlich den meisten Rapper, so, ne, voll viele Künstler gefragt, so, wie handhabt ihr das? Vor allen Dingen die, die eine Frau haben oder eine Freundin und so, mhm, und leider gab es keinen, der, so, gab es keinen, der mir gesagt hat, so, ja, Bruder, es ist scheiße und so, man muss sich da krass unter Kontrolle haben, dies, das, blablabla, 80%, 90%, nein, 900% der Leute haben zu mir gesagt, ja, ist normal, passiert halt, wir sind halt so, macht man halt so und so, so, ist nicht so schlimm, nimm das nicht zu Herzen, dies, das, bla, und das ist halt für mich, weil einer gerade auch hier im Twitch-Chat geschrieben hat, macht doch eigentlich alles schlimmer, lieber nichts sagen, ich bin, ich kann, ich kann kein, ich kann nicht heucheln, so, ich kann nicht lügen, ich kann Menschen, die mich lieben, die ich in meinem Herzen eingeschlossen habe, denen kann ich nicht ins Gesicht reinlügen, so, vor allen Dingen, so, keine Ahnung, das ist auch egal, ob es alles schlimmer macht oder nicht, ich will die Konsequenzen für mein Verhalten tragen, so, und ich will die Konsequenzen für mein Verhalten tragen, so, will auch dafür bestraft werden, in Anführungszeichen, und mich hat das auch lange, mich hat das auch lange, ähm, beschäftigt, so, weißt du, ich meine, so, lange Zeit danach noch, dass ich darüber nachgedacht habe und dachte so, ah, Bruder, so, weil ich habe auch immer allen Leuten empfohlen, macht man nicht, tut man nicht, dann sei nicht in der Beziehung, mach es nicht, dann bist du nicht ready für eine Beziehung, und wenn du es nicht traust, deiner Frau das zu sagen, oder wenn du es getan hast, und du fühlst dich scheiße, und du willst es nicht aussprechen, weil du nicht, weil du, weil du der Beziehung nicht schaden willst, und so, also, ich könnte so nicht leben, ich kann nicht, ich kann, ich kann kein heuchlerisches Leben führen, das kann deine Beziehung zerstören, fremdgehend zu beichten, Bruder, das ist dieses so, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist so wieder, das ist so ein typisches Männerding, weißt du, wie ich meine, so, ja, Bruder, fremdgehen kann deine Beziehung zerstören, nicht das Beichten danach, dann geh nicht fremd, Bruder, geh nicht, mach nicht, denkst du, du bist, weil du darfst alles machen, weil du ein Mann bist, oder was, ja, das ist auch so ein dummes Mindset, was bei den Leuten heutzutage so drin ist, ja, Männer dürfen, nee, Bro, dürfen nicht, und wenn, dann muss es abgeklärt sein, weißt du, wenn du eine Beziehung, eine offene Beziehung hast, wo deine Frau dir sagt, du darfst, dann mach, aber wenn es nicht abgeklärt ist, dann hintergehst du, und wenn du hintergehst, ähm, ähm, dann musst du dich gerade machen, so, gerade vor deiner Frau, wenn ihr noch Kinder habt, Familie habt oder irgendwas, musst du dich gerade machen, das ist meine Meinung. Lil Bas sagt, ja, ich spreche aus Erfahrung, auf jeden Fall, ich habe eine, ich habe, ich habe Erfahrung damit gemacht, ich weiß, wie es ist, so, aber ich habe mich immer gerade gemacht, egal, bei welchem Fall, sofort gerade gemacht, und nicht heuchlerisch gesagt, ja, ich will die Beziehung oder die Freundschaft oder dies oder das nicht gefährden, ja, Bruder, dann, dann liebst du diese Person nicht richtig, weißt du, wenn du richtig liebst, dann bist du ehrlich, und du hast keine Geheimnisse. Oh, shit, man, Robin Hood Rich, auf Twitch kommen echt gute Sachen rein, auf Twitch kommen echt gute Sachen rein, einer sagt, äh, einer deiner engsten Freunde und deine jüngere, deine jüngere Schwester haben sich ineinander verguckt, irgendwann fällt es dir auf oder einer beichtet es, wie ist deine Reaktion? Boah, Digga, boah, Digga, ist scheiße, nee, Bruder, gar keinen Bock auf so eine Situation, man, meine Schwester, gar keinen Bock auf so, zum Glück habe ich keine Schwester, wirklich, zum Glück habe ich keine kleine Schwester, ähm, Bro, also, ich sag mal so, wenn ich einen Homie habe, ne, wenn ich eine Freundschaft habe und das ist einer meiner besten Freunde, dann ist die Schwester tabu, die gucke ich gar nicht an, weißt du, wie ich meine so, ich gucke dir einfach nicht an, ich lasse es gar nicht erst dazu kommen, dass da irgendwas passiert, so, gerade ich nicht, weil ich weiß, was für ein Mann, weil ich bin ein Mann, ich weiß, wie Männer sind, so, dann gucke ich nicht, weißt du, wie ich meine so, ja, da hört das Thema dann auch schon wieder auf, da hört das Thema für mich auf jeden Fall dann schon wieder auf, da geht's dann, das ist auch egal, so, man könnte jetzt drüber diskutieren, wenn du nur alleine einen Gedanken hast, die Schwester von deinem Homie, dass du die gut findest, pff, dann gilt, nee, Digga, also, das erstickst du für dich selber im Keim und hältst deine Schnauze, du erstickst es selber für dich im Keim und hältst deine Schnauze, einfach so, da gibt's auch nichts mit, ah ja, wenn du hingehst und wenn das alles und so, nee, Bro, also, keine Ahnung, ey, wenn das wirklich so sein sollte, dass die, die Schwester von deinem besten Freund, deine bestimmte Frau fürs Leben ist, Digi, boah, also, ich, weil, weil, das kann ich mir nicht vorstellen, weißt du, und wenn du das Gefühl hast, dann, pff, kann ich dir aber auch keinen Tipp geben, weil ich würde das nicht, ich würde das nicht, ich würde das nicht, äh, zulassen, so. Der Ofen ist richtig nice, Digga, gib mir die Ofi-Vibes, Bro, weh, jo, dein Freund, oha, Eidefick, ah, ihr seid voll krass, Digga, boah, dein Freund, dein Freund mit 35 hat sich in eine 16-Jährige verliebt, nee, beide lieben sich, gibst du den Segen, weil du noch legal oder versuchst, so auszureden, kein Freund von mir, der 35 ist, wird sich in eine 16-Jährige verlieben, Haar des Schwanz ins Feuer, so, geht nicht, das ist auch genau so eine Sache, du fängst gar nicht erst an, irgendwelche Gefühle oder irgendwelche Blicke oder irgendwelche Sachen zu machen, wenn die 16 ist und du bist 35, Bro, das geht nicht, lass es einfach sein, geh zum Psychiater, weißt du, ich meine, so, I don't know, Bro, hör auf mit der Scheiße, wenn du selber vielleicht in so einer Situation steckst, Bro, hör auf mit der Scheiße, Mach nicht so, jetzt fragt einer, hatte auf der Arbeit zwei Kollegen, er 42 und sie 22, waren beide in einer kurzen Beziehung, etwa 5 Monate und danach Schluss, deine Meinung zu dem hohen Altersunterschied, 22 und 42 ist für mich legitim.